Weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Jo, ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wo dieser Plan ist für diese Elite-schweren Kugeln da. Hier oben auf Mysteriosa. Bam! Gucken, äh, 5244, mal gucken, wo ist das denn? Ich möchte nämlich alle Pläne auch machen. Ach ja, stimmt, das war hier unten, oder? Ja, genau, das war die Insel hier. Genau, das war das. Und ein anderes Ding ist hier. Dann machen wir nämlich ein bisschen hier wieder T-C-Tauron und so. Wenn ihr versteht. Gucken, erst mal auswählen, wo ich hin will. Noch wieder mit ein paar Folgen Füße tauchen hier. Und wenn wir dann wirklich alles haben an unseren Schiffen, dann wisst ihr, was kommt. Jupp, wir wagen uns an ein legendäres Schiff ran. Oh je, das kann was werden, ey. Das kann was werden, ey. Wir gegen ein legendäres Schiff. Wobei die Jector will dann selber schon legendär sein auf diesen Meeren. Von dem her. No big deal. Das kann man dann auch keinen Menschen töten, also soll das auch ziemlich schnell gehen. Das wird dann halt nur, wenn ich wieder dann noch die letzten ersten zehn Missionen habe. Und dann heißt ja, ja, der T-C-Tauron, dass du da, wo du da getaucht hast. Und dann so. Willst du mich verarschen? Captain, wir steuern direkt auf einen Cliff zu. Zum Top-Segel-Bergen. Dann schauen wir uns doch mal hier oben. Ich weiß, dass ich eine Schatzkarte von hier habe. Aber solange ich je noch im Wasser bin, kann ich eh nichts finden. Also wird hier auch nichts sein. Simpel. Wie das. Oh, nein. Das Vieh. Ey, so dunkel. Mal ja, das Licht an. Ein bisschen Leben tanken. Finde ich auch blöd, dass ich so wenig Leben habe ohne meine Erweiterung. Ouch. Da, 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 da. Da. Ich weiß nicht, dass ich eine Schatzkarte habe. Das muss mir nicht alle drei Sekunden sagen. Junge, das ist gar nicht so tief, dass du so lange schreien könntest. Ganz ernsthaft. Ganz ernsthaft. Das ist gar nicht so tief, dass der sich da keine Splitter einfängt, ey. Das muss mir nicht mehr lassen. Oh. Schwert. Ey, du. Alles gut, kommt von oben. Peaks. Ey. Okay, darfst du ruhig mitnehmen. Ah, Braufferwartung. Nice. Nein, das lässt du Junge. Yay, ich habe ihn in die Wand gehauen. Warum schubst du ihn nicht einfach runter? Ja, viel einfacher. Hier guck. Nimmst ihn und schmeißt ihn ins Meer. Simple as that. So. Das machen wir als nächstes. Oh, Plan für Upgrade klingt immer gut. Warum liegt da ein Kriegsschiff? Will ich es wissen? Will ich wissen, warum da ein Kriegsschiff liegt? Oh, die sind in alle Segel! Sie vertreibt das. Lehnsegel raus! Wir zerschellen an Lanza! Oh, gar nicht. Ich weiß nicht, warum ein Kriegsschiff liegt. aber warum ist ein kriegsschiff ich habe euch wie immer nichts gemacht ja toll vom einen kriegsschiff zum nächsten das ist auch gut hier überall kriegsschiffe und gegner ich bin hier wirklich genau zum richtigen ort gesegelt natürlich darf ich hier nicht anhalten solange ich hier noch gesucht werde gut dass ich das jetzt erledigt habe ich bin auch mal dazwischen gekommen als ich mit spanisch und englisch das kriegsschiff gegenseitig bombardiert haben mit mörsern und ich bin aber hingegangen haben sie beide versenkt wenn zwei sich streiten freut sich der dritte und das war ich wenn die sich streiten soll es mir recht sein ah hi Ja. Edward? Edward? Irgendwie hat er sich so ein bisschen festgekriegt. Ja, wie nur ein bisschen. Ja. 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 Jetzt komme ich wieder ein bisschen zu Geld. wie komme ich da jetzt für Arbeiter rein da haben wir wieder Luft auch Luft war wirklich nicht schlecht ich hoffe ich schaff's zur Tauchglocke ey da sticke ich hier noch huiuiui not even close sag ich da mir wurde schon schwachs vor Augen ich geh nicht ohne meinen Plan hier weg ey jetzt gleich ah da ist noch ein Eingang war wieder nur Geld aber das Fragment ist hier eins von dreien ich weiß wie Haie funktionieren ich bin ne riesen nur meistens ich hab keine Zeit für das geh die Luft aus Junge und du hilfst nicht so ich würde mal sagen da ist der Plan drin wär mal so meine Idee mal doch wenn ich das sag dann stimmt das auch okay hidden in Plainside sowas wo versteckt man alles etwas am besten direkt vor deiner Nase noch ich hab auch wirklich keine Benehmen ey ich bin noch gespannt wo das Ding ist oh da gucken aha ha auch 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 aus ja Und jetzt lieg sie weg hier Okay, alle heilen, machen euch auf mich aufmerksam Flinkt euch aber nicht viel, ich bin gleich weg Aber so viel wie der gebissen wird, ey Tun wir mal ein bisschen was herstellen von dem, was wir jetzt gesammelt haben an Planen, ey Kann ja nix schaden So Kaufen, Upgrades Breitzeitenkanonen 23 Breitzeitenkanone Man kann nie genug Kanonen haben Bessere schwere Kugeln Und hier Feuerfässer Füllen jetzt eigentlich noch einmal das Lager für Feuerfässer Und Meinen Raumsporn hier Dann haben wir es auch schon Dann ist die Jackdaw fertig Feuerfässer finden wir dann auf der letzten Insel Mal gucken, wie ist es mit den Tauchpositionen Ist es noch irgendwo hier dabei? Jo, da müssen wir hin Da ist das hier Hä? Auch ein Plan? Ähm, äh, äh, wiss? Ähm, ich habe auch noch zwei Upgrades Oder was, von welcher Art von Upgrades sprechen die da Jetzt bin ich etwas verwirrt Jetzt bin ich etwas verwirrt Ich habe noch zwei Upgrades Ich habe einen Plan davon schon Und Okay Okay Hm Ich will unbedingt mal gucken, wie es gut ist, meine Kanonen sind Feuer Dein Leben Ich finde es auch gut, wie ich einfach mal Nichts mache hier an der Insel Wenn ich drauf schieße Finde ich auch geil Na, kommen wir da durch? Halbes Segel Ich meine, kommen wir da durch? Crew Boah Locker Locker flockig aus dem Handgelenk Setzt jeden Zoll Segel Wir halten den Wind so gut sie es kann Locker flockig aus dem Handgelenk Naja Dann sage ich mal Bis zum nächsten Mal See ya, Leute